Hallo, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Weiter geht's mit Willy Morgan in The Curse of Bone Town. Ich bin ein bisschen umgestiegen, ich hatte ja vorher auf der Switch das begonnen, aber das ist irgendwie ein bisschen mühselig, deswegen... Ja, jetzt hier auf dem Computer. Ich hab bis zu der Stelle gespielt, schon wo wir aufgehört haben. Und jetzt geht's weiter. Also hier hatten wir ja alles erledigt. Ich glaube, wir könnten jetzt höchstens noch versuchen, mit dem Dietrich das Sparschweinchen aufzubekommen, habe ich mir überlegt. Okay, cool, das funktioniert. Oh, Zahn wieder? Okay. Okay, wir bekommen Zahnräder. Na gut. Mehr war hier auch nicht mehr, dann gehen wir mal nach unten. Mal gucken. Aber jetzt anders kommen wir nicht mehr, jetzt müssen wir noch mal nach oben. Dass wir das Gemälde mitnehmen, das vergesse ich sonst. Ich werde es hier als eine Warnung für die Zukunft der Generationen verlassen. Okay, gut. Da war nichts mehr. Gut, dann gibt's hier noch ein Gemälde. Ich liebe, wo es ist. Standohr. Klebezettel. There is information that could be useful. Okay. Also wir suchen immer noch alles für das Fahrrad. Wir können hier mal gucken, was wir noch brauchen. Wir haben... Zahnrad haben wir doch eigentlich auch bekommen. Okay, wir suchen noch einen Lenker und ein Zahnrad. Und dann haben wir alles zusammen. Okay, und was sind jetzt... Ah, das war der Brief. Ah, okay. Es scheint nicht zu sein, dass es nicht funktioniert. Aber wofür... Warum... Okay. Na gut, also die Post-its sind wahrscheinlich dann so die Hilfestellung. Schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Hier ist das Fahrrad. Es ist noch etwas, das missing. Hm, wo könnte denn der Lenker sein? Eine kleine Bibliothek. I've already read them all. Statue. How can I possibly use it? Maybe this is the best place for it. Vordertür. Ich schau mal, wo es hier noch hingegen. Hier ging es doch auch noch eine Tür. In die Küche wahrscheinlich, ne? Ja, Küche. Oha. Kühlschrank. Ofen. Mikrowelle. Okay. Okay, haben wir einiges zu erkundern. Kühlschrank. Aber ich würde es lieber hier verlassen. Ich kann es nicht. Wenn Mom um einen Reisen verlässt, schiebt sie immer das Gas, um irgendwelche unbezüglichen Überraschungen zu verhindern. Sie sagt immer, dass für ein Kind meiner age, die Mikrowave ist mehr als genug. Ich glaube, das Ergebnis im letzten Jahr hat es nicht geholfen. Ich sage nur, dass die Feuerwehr-Departement über eine verbringte Pannung nicht genau mein höchster Moment bezeichnet wird. Oha, ist dir das auch schon mal passiert, dass du irgendwas angezündet hast zu Hause? Mir glücklicherweise nicht. Ich habe ein bisschen Angst vor so Feuer. Oh, Geld. Ja, perfekt. Geld kann man immer brauchen. Gut. Also, das waren hier die Konserven. Mikrowelle. Äh, okay. Na gut. Hier ist sonst nichts mehr. Kaffee. Sachen. Wo ist der Lenker? Kühlschrank haben wir noch. Milch. Lenker. Aha. Okay, jetzt ist das fest. Jetzt können wir noch den Lenker nehmen. Perfekt. Schauen wir mal, was es hier noch gibt. Halbgegessene Pizza. Pizza ist mein Favorit. Maybe I might eat a slice later for a snack. No thanks. I never eat between meals. Hm, Milch. I already had breakfast. Not now. I have more important things to do. Okay, ich glaube, dann haben wir ja alles hier. So, jetzt schauen wir nochmal auf unseren Fahrradplan. Uns fehlt noch ein Zahnrad. Hm. Hm, okay. Wie kriegt man das doch aus der Uhr? Was man braucht? It needs at least a bolt in order to use it. Ein Bolzen. It needs at least a bolt in order to use it. Better not take a hammer to everything. Better not take a hammer to everything. Useful, but not for everything. Hm, okay. Okay, wir versuchen trotzdem jetzt mal das Fahrrad zusammenzubauen. Vielleicht reicht das ja, was wir haben. Aber ich glaube nicht. There's still something missing. Okay, das Zahnrad fehlt. Wir könnten nochmal versuchen, das vielleicht aus dieser komischen Katzenuhr zu bekommen. Hier schrauben sie. Useful, but not for everything. Hm. Better not take a hammer to everything. It needs at least a bolt in order to use it. Okay. Also sonst, du wüsste ich jetzt nicht. Dann schauen wir doch nochmal auf die Post-its. Hier sind ein paar Noten, die ich jetzt schon geschrieben habe. Schrauben Geld und es gibt noch mehr. Hier sind ein paar Noten, die ich jetzt schon geschrieben habe. Erkomme die Bücher zur Bibel und es gibt noch mehr. Hier sind ein paar Noten, die ich schon geschrieben habe. Read instructions to assemble bicycle. And there's more. Here are a few notes I've written down lately. Never leave bath full of water before going out. And there's more. Here are a few notes I've written down lately. Water doesn't work metal loose. It makes it rust. And there's more. Wasser löst kein Metallesmuster. Well, look what was inside the piggy bank. Here are a few notes I've written down lately. Important bracket maintenance. Keep nice and smooth. And there's more. Here are a few notes I've written down lately. Tidy boxes and closet. Kleine Kiste im Schrank. Welch im Schrank? Okay, also gut. Gehen wir nochmal nach oben. Vielleicht haben wir da was über sie. Von hier we go back to the first floor. Von hier we go back to the first floor. Kleine Kiste im Schrank. The painting is really beautiful. But so is its setting. Hmm. My mother took almost everything with her for this journey. Und noch irgendwas kombinieren. Die Bücher vielleicht. I've already read them all. Better not take a hammer to everything. Better not take a hammer to everything. Best not to. Hm, aber wozu haben wir denn einen Gürtel bekommen? Das macht ja nicht so viel Sinn. Gut, aber da haben wir eigentlich ja alles. Collecting everything found lying about is a real fixation. Hier sind Zahnräder drauf. Auf dem Bild. Aber das Bild kann ich nicht anklicken. Hm. Na gut. Kommen wir nochmal hier Prostitz. Okay. Das haben wir erledigt. Den Wecker haben wir repariert. Das Öl haben wir auch benutzt. Geld haben wir auch gefunden. Die Bücher in die Bibliothek zurückbringen. Also gut, dann hat das irgendwas mit Büchern zu tun. Oh, wir können doch mal versuchen, ob wir den Schlüssel nehmen können jetzt mittlerweile. Keine Chance. Wenn wir einen Kuss nehmen, am Anfang der Erinnerung zu nehmen, was wird dann passieren? Okay, also dann würde ich sagen, gucken wir nochmal unten nach den Büchern. Was anderes fällt mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht auf. Ich habe bereits read them all. Ich habe bereits read them all. Ich habe bereits read them all. Books, some of them, nowhere else to be found. One-Eyed Willy, His History and Secrets, by M. Goonies, How to Get Out of the Kraken, by J. Sparrow, and the timeless Green Stones and Old Legends, by J.T. Colton. Hm. More books, the famous What Became of and History of Sun- closely related to the second chapter, History of Sunken Ships. It needs at least a bolt in order to use it. It needs at least a bolt in order to use it. Das ist aber merkwürdig. Also gut. Wo finden wir das? Okay, um wegzugehen, braucht er das Fahrrad. Hm, aber wo ist der? Das Zahnrad. Ich würde echt vermuten, dass es hier drin ist, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommen soll. Ah. Okay, im Badezimmer war doch noch, ähm, in der Badewanne stand noch Wasser. Das war hier. Wahrscheinlich ist hier das Zahnrad dran. Bestimmt, dass es verröstet. It needs at least a bolt in order to use it. Also mit diesem komischen Schraubschluss kann man uns alles machen. Better not take a hammer to everything. Better not take a hammer to everything. Best not to. Aber irgendwie müssen wir doch das Wasser daraus bekommen. I think this is an important bicycle part. Best not to break it. I need something to get the plug out. I don't want to get wet. It seems to me that it can only be used to steer a means of transport. Naja, aber wie soll das denn so was gehen? I must find a more useful way to use it. Irgendwie müssen wir doch das Wasser hier rausbekommen. Wie bekommen wir hier das Wasser raus? It would cause quite a problem if it broke. Hmm. Ich verstehe nicht, warum er da nicht einfach reinlangt und das Wasser rausnimmt. I need something to get the plug out. I don't want to get wet. Ja gut. Also, falls ihr noch eine Idee habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich das Video jetzt mal beenden und vielleicht wissen wir dann beim nächsten Mal mehr Bescheid. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüsst! Bis zum nächsten Mal.